Der hält viel aus. Was, das war unser letztes Leben? Okay, wir speichern. Immerhin haben wir jetzt einen neuen Zauber. Das darf man schon mal speichern. Na, da wollte uns jemand an den Kragen. Hat aber Pech gehabt. Ich glaube, hier ungefähr. Nein! Ha, sie wüscht uns hier nicht. Ja, ich wusste es. So, und jetzt ganz schnell. Ich habe... Ich vergesse mich zu bücken. Keine Magie. Schade. In dem Palast soll es ja dann auch jetzt das Floß geben, Leute. Da bin ich schon gespannt. So, vielleicht schaffen wir jetzt dann auch die 2000 Punkte. Au. 100 Punkte, okay. Und so würden wir halt wahrscheinlich an ihm vorbeikommen, ohne zu kämpfen. Der war einfach. War aber auch nur 70 Punkte. Okay, da habe ich keine Ahnung, wie wir da drunter kommen sollen. Oh nein. Okay, wir verschwinden gleich wieder. Wir warten einfach hier, Leute. Und vorbei. Aber bisher haben wir nichts gefunden. Wie sollen wir denn da runterkommen, Leute? Da ist ein Schlüssel. Wie sollen wir da runterkommen? Können wir etwa als Fee vielleicht da durchfliegen? Das würde ich dann gerne mal versuchen. Aber erst nachdem wir den Typen da rechts besiegt haben. Oh, knapp. Okay. Versuchen wir es mal, Leute. Nein, es geht nichts. Okay, schade. Wie kommen wir dann da runter? Das ist schon so. Bedeutet... 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 Mist. Mist. Geschafft. 100 Punkte. Das ist jetzt aber schlecht. Geh weiter. Nein. Ich komme hier auch nicht mehr raus, Leute. Ich habe auch keine Magie mehr. Mir geht blöd, dass wir die nicht besiegen können. Nein. Geh weiter nach links, nicht nach rechts. Ja, nach links. Genau. Noch weiter nach links. Ja. Ich will den da unten auch besiegen, Leute. Oder? Ja, besiegen wir den da unten auch. Okay, das geht jetzt offenbar nicht. Außer der geht irgendwie weiter nach links. Weil der geht irgendwie da unten nur nach rechts, so wie es aussieht und kommt dann halt nicht weiter. Ah, jetzt. Au. Mist. 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 Da rechts ist irgendwas. Ich glaube, da können wir wieder runterfahren. So, jetzt haben wir nur hier das Problem, dass die hier die ganze Zeit nach links gehen müssen. Okay, einer ist draußen. Okay, wir sind draußen, Leute. Das war einfach. Okay, da ist nichts. Hier würde es weiter nach rechts gehen, oder wir fahren nach unten. Leute, ich möchte weiter nach rechts. Jetzt sind wir draußen. Ein Schlüssel! Wir haben keine Magie mehr, sonst würde ich mich hier jetzt noch gerne umsehen, Leute. Also, wenn wir mal wieder Magie haben, genügend für eine Fee, dann können wir uns hier wieder umsehen. Solange gehen wir jetzt einfach mal hier weiter. Erstmal nach links. Ja, ich kann nicht mal hoch genug springen. Wow. Ja, da komme ich auch nicht nach oben. Okay, welchen Weg nehmen wir jetzt für den Schlüssel? Au, Mist. Ein Leben haben wir noch. Äh, für welchen Weg benutzen wir den Schlüssel? So, wollte ich, äh, sagen. Aber hey, Leute! Wir haben wieder volles, voller Magie. Mist. 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 Ich weiß nicht. Ja, egal. Wir nutzen einfach das Schild. Der war jetzt eher einfach wieder. Da links ist also ein Schlüssel. Wann holen wir uns den jetzt? Mist. Game over, glaube ich. Ja. Na gut. Falsche Richtung. Wir kommen jetzt dann wahrscheinlich wieder mit vollem Mana dahin. Das heißt, ich würde dann nochmal nach draußen gehen wollen, um mich da als Fee umzusehen. Bevor wir dann nach unten wieder weiter gehen. Mist. Ah, Straße. Zum Glück zuerst ins Loch gefallen. Ja. 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 hier benutzen wir jetzt den jump um an dem da vorbeizukommen aber den würde ich gerne machen springt auf einmal super wie kommen wir da nur da unten nur rein jetzt wollte ich springen aber da kommt ein gegner daher bis schon wieder hier warten wir einfach wieder jetzt dieser schlüssel den hätte ich gerne geschafft hier brauchen wir nein brauchen wir nicht wir können einfach den kaputt machen und dann so hoch jetzt haben wir nur da ein problem so sparen wir uns magie leute okay aber hier brauchen wir dann doch den jump schade aber ich glaube ich nehme die mit so und hier jetzt okay ich darf nicht höher okay hier gibt es sonst nichts könnte hier irgendwie die band rein dann müssen wir jetzt wenigstens dass da nichts ist so wir haben gerade keinen schlüssel also müssen wir nach links weiter wir haben schon wieder keine magie deswegen kann ich da schon wieder nicht dran ach ja ich habe keine magie okay okay so der ist weg wir wollten ich wollte erstmal weiter nach links ich habe keine magie mehr ich will das komplett abbauen leute jetzt bin ich nicht lange genug geblieben das war langsam ein bisschen zu viel für mich leute jetzt müssen wir zu wieder von vorne anfangen aber wir können haben jetzt wieder unseren schild abonni 8 Das war's für heute. irgendwie ist wie das so viel so 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 Okay, wir haben das gleich durch. Okay, wir haben das gleich durch.